so sieht es jetzt aus alles wächst und gedeiht wasserpest hinten ist auch schon hochgewachsen problem ist meine lieblingspflanze haben sie da zerknappert da unten sieht man die grünen wuschel habe ein paar dinge noch gefunden ist auch noch irgendwo drin ich hoffe die kommt wieder meine lieblingspflanze naja sonst ist hier alles angenehm wie man sieht also geht es angenehm sind überall irgendwo alles schön sauber paar algen klar ganz normale algen hier oben auch in dem auslauf weil der filter noch gereinigt werden muss deswegen ich denke mal nächste woche wird er gereinigt wann ist das warte mal mittwoch freitag freitag samstag wird er gereinigt nächste woche diese woche in der nächsten woche in der reihe nicht und dann gibt es noch mal ein update und dann verschwinden auch die algen hier vorne und alles sowas weil dann da nichts rauskommt aus dem filter großartig von diesem molm weil er selbst bestimmt übersättigt schon fast naja gut wollte mal zeigen noch mal alles sehr angenehm